Ja, hallo. Wie sieht die ideale Struktur der idealen Partei der Zukunft aus? Wie würde also wir 2020 und die Basis wirklich eine Erfolgschance haben, die sie im Moment aus meiner Sicht jedenfalls verspielen, leichtfertig verspielen? Die ideale Struktur kann man sich so vorstellen und ja, also Liebe letztendlich, liebe Parteien, lieber Herren Bakhti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter und Eva Rosen. Ja, die Struktur müsste so aussehen. Ich versuche mal, ob ich ein Schaubild finde, was es gut zeigt, wie man das, wie das aussehen müsste. Ich gucke mal, ob ich was finde. Ja, vielleicht hier. Das passt doch ganz gut als Bild. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Wahlprogramm und das ist dann hier links Experte, Reformer A, B, C zum Beispiel. Ja, und einer davon, also warum überhaupt Experten und Reformer? Weil eben die besten Leute nie Mitglied einer Partei werden. Ich habe es am Beispiel von Professor Hans-Werner Sinn gemacht, am Beispiel vom Weltrat, den nextscientistsforfuture.de. Sicherlich auch andere Experten würden nie Mitglied einer Partei werden, sondern sie stehen allen zur Verfügung, der gesamten Welt meistens oder oft. Und deswegen können sie nicht Mitglied einer Partei werden, weil auch die Mitglieder solcher Welträte und nextscientistsforfuture selbstverständlich immer auf der Überparteilichkeit bestehen. Und deswegen muss jede Partei Expertenliste führen. Und jetzt mal Beispiel hier, es gibt drei Experten, das wäre so das Minimum. Also die nextscientistsforfuture, vielleicht die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und noch ein Experten, ja, also beliebig. Es kann ja auch ein parteiinterner Experte dabei sein, ja. Was aber unwahrscheinlich ist, denn wie gesagt, die besten Experten gehen normalerweise nie in Parteien rein. Also ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass ein Top-Experte sich zufällig in der Partei befindet. Das ist höchst unwahrscheinlich. So, und jetzt hätten sie dann also ein Wahlprogramm. Und da steht dann also sozusagen der Satz von, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, Gesundheitsreform. Hier dieser Experte schreibt oder empfiehlt der Partei den Satz und die Partei fasst das zusammen, was er sagt. Ja, wir führen ein staatliches Gesundheitssystem ein, damit keine Profite mehr, damit nicht die Profitgier im Gesundheitssystem regiert. Schöner Satz. Und dann stehen hier zum Beispiel die nextscientistsforfuture mit ihrem Vorschlag. Jede Fachperson, jeder Arzt und jede Fachperson wird nur noch belohnt für bewiesene, an Daten festgestellte Krankheitsverhinderungs- und Gesundheitsförderungswirkung. Und dann käme hier noch ein drittes System, noch ein dritter Reformer, Experte-Reformer mit einer dritten Reform. So, und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Reformen? Dass das staatliche System zum Beispiel den Mangel hat, dass die Leute vielleicht das ganze Personal anfängt, irgendwann ihr Privatleben am Arbeitsplatz zu machen und faul zu werden und eigentlich kein Interesse mehr an den Patienten zu haben, denn die kriegen ja ihr Gehalt, ganz egal, was aus den Menschen wird. Staatliches Gesundheitssystem, ja. Zwar kein Profitorientiertheit, aber mehr so eine Art Faulheitsorientiertheit. Und da gibt es auch keinen Grund, vorteilbringende Irrtümer der eigenen Branche zu hinterfragen. Also, warum sollte man sie hinterfragen? Man kriegt ja sein Geld auch so, auch wenn man mit schädlichen Behandlungsformen weiter behandelt. Man hat zwar kein Profitinteresse mehr daran, aber man hat auch kein Interesse, sich die Zeit zu nehmen, vorteilbringende Irrtümer aufzudecken. Während bei uns, bei den Next Scientists for Future, das klingt sehr leistungsorientiert. Das heißt also, nur noch die Ärzte, die sich Gedanken machen, wo bin ich vielleicht früher einem vorteilbringenden Irrtum gefolgt und habe deswegen die Patienten eher kränker gemacht als bisher. Und wie kann ich das jetzt korrigieren, weil ich sonst ja irgendwann in den Ranglisten ganz hinten auftauche und ich irgendwann pleite gehe, weil mir die ganzen Versicherten weglaufen, weil die andere Hausärzte sich wählen, aber nicht mehr mich. Und Sie merken jetzt hier, ist die Motivation der Ärzte viel größer, wirklich eine Korrektur ihres bisherigen schädlichen Behandelns, sozusagen durchzuführen. Und das wäre mir natürlich tausendmal lieber. Und den dritten Vorschlag, dem können Sie sich jetzt irgendwas ausdenken. Und genauso wären jetzt im Ernährungssystembereich, im Demokratiebereich, zum Beispiel jetzt hier, hätten wir zum Beispiel einen Vorschlag hier, Bürgerparlamente. Bürgerparlamente statt Politiker. Und dann hätten wir hier wieder den Vorschlag der Next Scientist for Future, oder hier, sagen wir mal hier, hätten wir den Vorschlag der Next Scientist for Future, oder bleibe ich bei dem Grün, hier wäre der Vorschlag der Next Scientist for Future, und hier wäre das mit den Bürgerparlamenten. Und das sind immer so Textkästchen. Und da steht dann jetzt in diesem Textkästchen drin, nein, Bürgerparlamente überfordern die Bereitschaft der Wählerinnen, und dann, weil sie einen ganzen Monat Arbeitseinsatz fordern, werden das karrierebewusste Menschen nicht wahrnehmen können. Und das wäre dann auch verfassungswidrig, also dass nur wer eine Wahlstimme haben kann, wer bereit ist, in einer tausendköpfigen Gruppe einen Monat lang die Karriere auf Eis, Karrierechancen zu vergessen und sozusagen für die Politik zu arbeiten, fürs Regieren zu arbeiten. Das scheint uns unrealistisch, sondern es sinnvoller ist, eine einige wenige Minuten erfordernde Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme einzuführen, die die Politik unter den Druck setzt, immer die besten Experten, neuen Experten und Reformer zu sich zu rufen, weil die Wohlfühlstimme darüber entscheidet, ob man und seine Partei überhaupt morgen noch jemals wiedergewählt werden wird, weil die Wähler eine absolute Transparenzsituation haben. Sie können gucken, in welchem Bundesland regiert welche Partei und wie geht es da den Wählern? Gehen da die Wohlfühlstimmen in den Keller? Gehen sie nach oben? Gehen die Gesundheitsdaten in den Keller? Gehen die Gesundheitsdaten nach oben? Geht die Langlebigkeit nach oben? Und dadurch haben die Wähler ganz leichte Wahlentscheidungen und können relativ leicht entscheiden, die und die Partei wählen wir nie wieder. Und deswegen werden die Politiker immer Ausschau halten, wo sind die besten Experten? Und dann kommt noch ein zweites System, zum Beispiel das Vorwahlen-Mini-Volksentscheide-System, denn jeder Experte, den die Politiker nicht aufnehmen würden in ihre ausreichend offene Expertenliste, die würden einfach bei den Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden vor repräsentativen Wählerstichproben zusammengestellt vom Bundeswahlleiter und den Landeswahlleitern würden die antreten und wenn die dann gewinnen und sogar die entweder Kanzler oder Ministerpräsident schlagen in diesen Vorentscheiden, Mini-Volksentscheiden, und das kostet nur alle zehn Jahre vielleicht mal drei Stunden Arbeit für die Bürger, und dann werden nämlich Neuwahlen bewirkt und dann ist eventuell der Politiker, der keine offene Expertenliste geführt hat und die Experten nicht zu sich gerufen hat, dann ist der ganz schnell abgewählt und bevor er eben dieser Gefahr ausgesetzt wird, holt er sich die Experten selber zu sich, dass also dann in den Mini-Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden keine ernstzunehmenden Gegner mehr auftreten können. Ja, und Sie sehen es, mit der Wohlfühlstimme und mit dem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid-System haben wir mit minimalem Zeitaufwand eine Situation, in der die Politiker sozusagen sich öffnen, nicht nur bestimmte Experten ABC zu hören, sondern auch DEF zu hören und immer offen zu sein für neue Experten. Und genauso ist es ja auch mit der Idealen Partei der Zukunft dann hier, was ich mir wünschen würde für die Basis und wir2020.de, was bis jetzt nur die FRAG-Partei im Kopf hat, die Freie Argumente-Kultur-Partei, mit der ja gestern auch wieder die Talkshow war. Die sind die einzigen, die in diese Richtung denken. Alle anderen sind noch im, ja, ich würde sagen, antibasisdemokratischen Modus in Wirklichkeit. Also, das heißt, hier haben wir also dann den Vorschlag der Next Scientists for Future, normale Wahlen beibehalten, damit die Bürger nicht alles als neu empfinden, aber zusätzlich eventuell Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, um die Politiker dazu zu bewegen und zu motivieren, eine offene Expertenliste zu führen und interessiert zu sein an ständigen, besseren Experten und einer vollständigen Ausgewogenheit der Experten. Und dann die Wohlfühlstimme, die diese Motivation nochmal drastisch erhöht. Und Volksentscheide, also vielleicht alle drei Monate oder alle vier Monate oder alle sechs Monate, wie die Bürger wollen, Volksentscheide, die dann auch nochmal direkt regieren quasi, denn die Volksentscheide werden dann bindend sein. So, und jetzt haben wir also ein Bürgerparlamente-System, also sehr aufwendig, sehr viel Arbeitsansatz für die Bürger. Dann haben wir die Next Scientist for Future, unheimlich hohe Effizienz, extrem hohe politische Leistungsfähigkeit, denn es steht ja jetzt zu fragen, diese Bürgerparlamente, was bringen die denn qualitativ? Sind die überhaupt in der Lage, Top-Experten zu verstehen? Oder sind nicht doch sozusagen Top-Politiker, die sich mit der Zeit rauskristallisieren, gerade mit der Eigenschaft, dass sie sie gerade, der Top-Politiker der Zukunft wird der sein, der sich erstens viel Mühe mit Top-Experten gibt und denen lange zuhört und der auch die höchste Fähigkeit hat, sie zu verstehen. Und dadurch kriegen wir politisch viel besseres Staatsmanagement, viel besseres Staatsmanagement, weil dann auch viel besseres Staatscoaching an die Staatsmanager herangetragen werden kann und die dann auch motiviert sind zuzuhören und dann auch qualifiziert sind zuzuhören, da kriegen wir politisch viel bessere Entscheidungen als von jedem Bürgerrat, Bürgerversammlung oder Bürgerparlament. Und jetzt haben wir also ein Beispiel, jetzt das Wahlprogramm könnte von die Basis sein oder von wir 2020, da stehen also diese Alternativen für jeden gesellschaftlichen Bereich, stehen da immer so drei Alternativen, in Kästchen, in Textkästchen oder von mir aus auch Textkreisen. Und dann wollen die Wähler ja auch noch wissen, wessen Geisteskind sind denn diese Leute von der Partei. Nicht, dass die hinterher was völlig anderes machen, als sie jetzt gesagt haben und uns dann also gar nicht die Reformen geben, die sie uns sagen und schon gar nicht die Volksentscheide. Also das wäre quasi auch das Programm für den ersten Volksentscheid, dass die Wähler noch mal korrigieren können, bevor es dann umgesetzt wird. Denn das Problem ist ja immer, ist die Parteibasis ungefähr entsprechend einer repräsentativen Wählerstichprobe oder handelt es sich um tendenziöse Stichproben, also einseitige Stichproben, linksradikal, rechtsradikal, arbeitslose oder was auch immer für unrepräsentative, nicht-repräsentative Wählerstichproben. Ach so, bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, also. Aber die Wähler wollen trotzdem wissen, wessen Geisteskind sind denn die Leute, denen nicht da potenziell die Macht gäbe, eventuell dann doch nicht die Volksentscheide zu machen. Und da ist es dann sinnvoll, wenn die Parteibasis konsensiert oder abstimmt und dann entscheidet und zum Beispiel jetzt sagt, ach ja, bis jetzt vorläufig gefällt uns der Vorschlag hier, der Next Scientist for Future am besten mit der Gesundheitsreform, die so etwas leistungsorientierter ist, gefällt uns besser als das staatliche Modell, wo die Ärzte eventuell das Gammeln anfangen. Und es gefällt uns auch hier sozusagen im Moment etwas besser der Beibehaltung des normalen Wahlsystems und Ergänzung durch Wohlfühlstimmen und Vorwahlen, Mini-Volksentscheidssystem und drei Volks-, also alle paar Monate Volksentscheide. Das gefällt uns da doch besser. Und so kann dann das Programm, es kann auch sein, dass in anderen Linien dann also andere Vorschläge bevorzugt werden gegenüber den Next Scientist for Future Vorschlägen. Und dann am Ende, wenn dann die Partei gewählt wird, dann haben die Bürger nochmal die Möglichkeit, in ihren Volksentscheiden genau das alles nochmal nachzukorrigieren und nochmal neue Entscheidungen zu fällen. Nach ausführlichster öffentlicher Diskussion in allen Medien. Ja, die Medienreform könnte hier noch als nächstes stehen, wo ja die Next Scientist for Future sagen, wir müssen die Medien absolut werbefrei machen, wir müssen die Kritiker der bisherigen Werbekunden, müssen massenhaft, also müssen einige davon in die Medien rein und dann kriegen die 50 Prozent der Stimmmacht und dann gibt es ab sofort ausgewogene Berichterstattung, weil immer die Kritiker der bisherigen Werbekunden werden immer auf der anderen Sichtweise bestehen und immer auf 50 Prozent der Zeit bestehen, Redezeiten bestehen für die kritische Sichtweise und die bisherige unkritische Sichtweise, die hat dann auch 50 Prozent. Und dann haben wir gute öffentlich-rechtliche Medien, auch mit Talkshows, Demokratie pur und so weiter. Also Sie merken, das wäre eine richtig gute Partei und davon ist aber bei die Basis und wir 2020 noch nichts zu sehen, sondern in Wirklichkeit hat sich da wieder sozusagen eigentlich wieder das übliche Antidemokratische durchgesetzt. Und ja, aber ich hoffe, Sie können sich das jetzt gut vorstellen. Ich gucke mal, ob ich noch andere Bilder finde, die da hilfreich sein könnten. Nö, das war eigentlich das richtige Bild. Ja, das war, denke ich, doch das richtige Bild. Diese Liste der Wahlalternativen, mindestens mal drei, ja, mindestens mal drei Experten. Vielleicht macht man das Ganze mit fünf. Machen Sie es, liebe Parteien, machen Sie es mit fünfen. Und immer fett gedruckt, die, fett gedruckt, immer die Version, für die sich die Basis beim Konsensieren, die Parteibasis beim Konsensieren vorläufig entschieden hat, ohne, wobei die endgültige Entscheidung dann in einem Volksentscheid getroffen wird, ja, wo dann diese ganze Liste per Volksentscheid von den Wählern nochmal nachkorrigiert werden kann, ja. Und das ist doch ein gutes System, ja. Das ist ein richtig gutes System. Ja. So, dann bin ich hier und gehe wieder zurück auf unsere Bildchen. Da, wo ist es? Da ist es doch nah. Na, das gibt es doch nicht. So. Ja, das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie ich aus der Präsentation aussteige. Ich gehe da hin, gehe da hin, beende die Präsentation. Jetzt sehen Sie wieder alle Teilnehmer der Talkshow, sozusagen. Und, ja, und dann geht so die Talkshow weiter. Und, ja, das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute, mit diesen News für Gebildete zu wir 2020, die Basis- und FRAG-Partei. Und, ja, tschüssi, bis bald. Jetzt geht's it. Untertitelung des ZDF, 2020